Lennart möchte wissen, woher kommt das Wasser für unser Bier? Ich bin Roland und das ist Eine Minute Bier. Ca. 95% des Bieres bestehen aus Wasser. Es ist neben Malz, Hopfen und Hefe das vierte wichtige Element, das wir nach dem Reinheitsgebot zum Bierbrauen verwenden dürfen. Unser Wasser kommt aus drei eigenen Brunnen, die ganz in der Nähe der Brauerei in der Tauberau liegen. Es ist von hervorragender Qualität, aber noch reich an Mineralien, dass das Wasser hart macht. Zum Bierbrauen brauchen wir allerdings weiches Wasser und das gewinnen wir in unserer eigenen Enthärtungsanlage. Und so ist gewährleistet, dass auch die Qualität dann von Hopfen und Malz im Distelhäuser Bier voll zur Geltung kommt. Das war Eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.